Hallo zusammen, hier ist Nadine von The Happy Life. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit Hilfe von EFT limitierende Glaubenssätze innerhalb von Minuten neutralisieren könnt. Wenn ihr mit dem Gesetz der Anziehung arbeitet, dann ist es ja ganz wichtig, was ihr über euch, über das Leben, über die Welt glaubt. Weil das Gesetz der Anziehung wird euch nur das zeigen, wird nur das in eure Realität bringen, was in Einklang mit eurem Glaubenssystem ist. Und die Arbeit mit Glaubenssätzen ist wahnsinnig interessant und wahnsinnig spannend. Und wenn du einen Glaubenssatz hast, der dich limitiert, der deinen Wünschen im Weg steht, dann ist diese Methode, die ich dir jetzt vorstelle, genau das Richtige für dich. EFT ist eine Klopf-Akkupressur. Sie basiert auf den Methoden der chinesischen Medizin, weil EFT arbeitet mit den Meridian-Punkten des Körpers. Und das funktioniert so, dass wir mit unserem Mittel- und Zeigefinger auf bestimmten Energiepunkten klopfen, währenddessen wir bestimmte Sätze sagen. Und wenn ihr einen Glaubenssatz mit EFT neutralisieren möchtet, gibt es ein bestimmtes System. Und das werde ich euch jetzt genau erklären, wie das funktioniert. In meinem Beispiel nehme ich den Glaubenssatz, es ist schwierig, Geld anzuziehen. Und ich glaube, dieser Glaubenssatz ist sehr weit verbreitet. Vielleicht hast du ihn selber, ja, oder vielleicht hast du ihn mal gehabt. Ich werde dir jetzt zeigen, wie das geht. Der erste Schritt, den wir machen, ist, wir fragen uns, wie wahr ist dieser Glaubenssatz für uns? Und dann spüren wir in uns hinein und fragen uns, ja, wie wahr ist denn der Glaubenssatz für uns? Auf einer Skala von 0 bis 10. 0 bedeutet, der ist überhaupt nicht wahr und 10 bedeutet, dass der ist sowas von wahr, da gibt es gar nichts daran zu rütteln. In meinem Beispiel, und das ist jetzt fiktiv, sage ich, der Glaubenssatz ist zum Beispiel bei einer 7. Dann schreiben wir diese Zahl auf. In meinem Beispiel ist es, wie gesagt, eine 7. Und dann fragen wir uns noch, wo in unserem Körper spüren wir diese Bezeugung, spüren wir diesen negativen Glaubenssatz. Es kann zum Beispiel sein, dass es dich hier zusammenzieht im Halsbereich. Es kann sein, dass du vielleicht im Bauch wie eine Metallkugel spürst, die dich bedrückt. Es kann sein, dass du hier auf den Schultern ein Gewicht spürst oder in den Beinen. Das ist ganz individuell. Wenn wir nachher beginnen zu klopfen, dann ist es wichtig, dass du dich auf dieses Körpergefühl konzentrierst. Weil der Glaubenssatz ist ganz stark mit deinem Körper verbunden. Deine Körpergefühle sind wie ein Symbol für den Glaubenssatz, den du hast. Okay, nachdem wir, wie gesagt, die Intensität der Bezeugung aufgeschrieben haben und uns auf die Körpergefühle konzentriert haben, beginnen wir mit dem EFT-Klopfen. Und der erste Teil besteht darin, dass wir einen sogenannten Set-Absatz haben, beziehungsweise klopfen. Und wenn wir einen Glaubenssatz wegklopfen, dann lautet der jetzt in meinem Beispiel, auch wenn ich die Überzeugung von 7 habe, dass es schwierig ist, Geld anzuziehen, liebe und akzeptiere ich mich genauso, wie ich jetzt bin. Und dieser Set-Absatz wird dreimal wiederholt und wir klopfen, wie du gesehen hast, hier auf diesem weichen Teil der Hand. Das ist der Karate-Job-Point. Genau, nachdem wir dann dreimal den Set-Absatz geklopft haben, fangen wir an mit dem eigentlichen Klopfen, bei dem wir Zeige und Mittelfinger nehmen, fangen oben beim Kopf an, dann gehen wir hier zu der Augenmaue, auf die Seite des Auges, unter dem Auge, unter der Nase, beim Kinn und hier noch beim Schlüsselbein. Da können wir mit der ganzen Hand klopfen. Genau, also ich zeige dir das jetzt genau an meinem Beispiel, wie das gehen würde. Du kannst gerne mitklopfen. Wenn dieser Glaubenssatz nicht zu deinen Überzeugungen gehört, dann kannst du natürlich einfach einen anderen Glaubenssatz einfügen. Der Ablauf ist immer derselbe. Und ich mache das jetzt zusammen, genau mit dir. Also, zuerst dreimal den Set-Absatz. Auch wenn ich die Überzeugung von 7 habe, dass es schwierig ist, Geld anzuziehen, liebe und akzeptiere ich mich genauso, wie ich jetzt bin. Auch wenn ich die Überzeugung von 7 habe, dass es schwierig ist, Geld anzuziehen, liebe und akzeptiere ich mich genauso, wie ich jetzt bin. Auch wenn ich die Überzeugung von 7 habe, dass es schwierig ist, Geld anzuziehen, liebe und akzeptiere ich mich genauso, wie ich jetzt bin. Nachdem wir jetzt den Set-Absatz dreimal gemacht haben, klopfen wir oben am Kopf weiter. Und jetzt ist dann ganz wichtig, dass du dich auf dieses Körpergefühl, das mit dem Glaubenssatz zusammenhängt, stark konzentrierst. Dann fangen wir an und sagen, meine Überzeugung von 7, dass es schwierig ist, Geld anzuziehen. Dann gehen wir zu der Augenbraue. Meine Überzeugung von 7, dass es schwierig ist, Geld anzuziehen. Dann gehen wir zur Seite des Augers. Meine Überzeugung von 7, dass es schwierig ist, Geld anzuziehen. Dann unter dem Auge. Es ist so schwierig, Geld anzuziehen. Meine Überzeugung, dass es schwierig ist, Geld anzuziehen. Dann gehen wir unter die Nase. Meine Überzeugung von 7, meine Überzeugung von 7, meine Überzeugung von 7, dass es schwierig ist, Geld anzuziehen. Dann gehen wir zum Kinn. Es ist so schwierig, Geld anzuziehen. Das ist so schwierig, dann gehen wir zum Kinn. Dann gehen wir zum Schlüsselbein. Meine Überzeugung von 7, dass es schwierig ist, Geld anzuziehen. Nachdem wir jetzt eine Runde geklopft haben, kannst du einen ganz tiefen Atemzug nehmen. und all diese Energie, die jetzt mit dem Glaubenssatz zusammenhängt, loszulassen. Dann kannst du nochmal an den Glaubenssatz denken. Und du kannst dich fragen, wie war, ist denn dieser Glaubenssatz jetzt noch? In meinem Beispiel, der war ja vorhin bei mir eine 7. Kann jetzt sein, dass er eine 4 geworden ist. Dann kannst du diese Zahl wieder aufschreiben und kannst nochmal genau dieselbe Klopfrunde machen. Diesmal sagst du dann einfach, meine Überzeugung von 4 oder meine Überzeugung von 3, was auch immer bei dir dann für eine Zahl ist. und klopfst nochmal genau dieselbe Runde. Das Ziel ist, dass du am Schluss bei einer Null bist. Das heißt, wenn du dich am Schluss fragst, wie wahr ist diese Bezeugung jetzt noch für mich, dann solltest du wirklich sagen, das ist überhaupt nicht mehr wahr, das ist bei einer Null. Wenn du den Glaubenssatz dann noch anschaust, dann solltest du in deinem Körper keinerlei negative Reaktion mehr haben. Wenn diese beiden Dinge erfüllt sind, dann hast du den Glaubenssatz erfolgreich neutralisiert und er hat keinerlei Wirkung mehr in deinem Leben. Das Gesetz der Anziehung wird nicht mehr darauf reagieren. Es kann dir nicht mehr Beweise bringen für diesen Glaubenssatz, weil du ihn neutralisiert hast. Er ist nicht mehr aktiv in dir. Und das kann ein paar Tage dauern, bis dieser Glaubenssatz wirklich aus seinem Leben verschwindet. Und dann kannst du auch damit beginnen, einen neuen, lebensbejahenden Glaubenssatz in dir zu installieren, der natürlich dann genau das Gegenteil von dem Glaubenssatz ist, den wir jetzt neutralisiert haben. Also, ich mache noch kurz eine Zusammenfassung. Als erstes überlegst du dir, welchen Glaubenssatz du neutralisieren möchtest. Dann fragst du dich, wie wahr ist dieser Glaubenssatz auf einer Skala von 0 bis 10. 0 heißt, es ist überhaupt nicht wahr. 10 ist eine absolute Wahrheit. Danach konzentrierst du dich auf die Körpergefühle, die dieser Glaubenssatz in dir erzeugt. Dann machst du den Setup-Satz dreimal. Danach klopfst du die EFT-Punkte ab, bis du bei 0 angekommen bist. Danach kannst du noch eine kleine Prüfung machen, indem du den Glaubenssatz liest oder dir vorsagst. Und wenn du keinerlei negative Reaktionen mehr in deinem Körper auf diesen Glaubenssatz spürst, dann hast du ihn erfolgreich neutralisiert. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Methode. Und falls du noch Fragen hast, dann kannst du gerne unten in den Kommentaren reinschreiben oder mir auch eine Nachricht schicken. Und ich freue mich, dir zu helfen. Viel Spaß beim Klopfen. Tschüss!